Schön, dass ihr da seid. Freut mich tierisch, dass so viele gekommen sind zum Karussell und worum es sich hier dreht. Ich will vielleicht ein paar Worte. Das Karussell, also der Kreis, die Zyklen, die Kollektiven wie die Immobilien, die wir so ständig erleben und denen wir ausgesetzt, ausgeliefert und verfein sind. Kornstoff, Kreislauf, Zyklen, Instruation. Ich habe hier ganz viel aufgeschrieben, Kausalketten, Drehegürmer, Zyklen, Regen, Perioden und so. Hallo Jonas, hallo Sasan. Hallo. Wir fangen hier im Winter an, gehen über den Osten direkt in den Urlaub und kommen über den Wind zurück und dann geht es immer im Kreis. Ich hoffe, euch ist nicht jetzt schon schwierig. Haltet euch gut fest, macht ja nichts aus. Alles gut. Alles gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.